A one, a two, a one, two, three, four. Ich grüße euch. Ich zeige euch heute einen neuen Rhythmus. Wieder mal und der beinhaltet Taps, also stumm gespielte Schläge und Bässe und Tönen. Es ist ein schöner, beschwingter Rhythmus. Wer das Lied von Barmali kennt, Buffalo Soldier, oder überhaupt so Reggae, Roots Reggae mag, der wird diesen Rhythmus auch mögen. Ich mache den nochmal vor. Alright. So, das ist er. Also, wir haben, ich mache den mal langsam und dann gehen wir ins Detail. One, two, three, four. Das ist er. Nochmal. All right. Jetzt machen wir das mal ganz langsam. Also, die Hände spielen die ganze Zeit mal jetzt, wir fangen mal mit den Taps an, ja. Und das Ganze in einem leicht verzögerten Zugrhythmus. Taps bedeutet kein Ton, nur Katzenpfoten. Und dann kommen die ersten Bässe und danach die Höhen. Du hast also zwei Bässe, zwei Taps, zwei Höhen, zwei Taps, also. Und das geht genau, wie ich es gerade gespielt habe, dreimal. Und dann kommt diese kleine Veränderung. Also, dreimal das Ganze und dann mache ich euch die Veränderung. Ich mache mal nur die Veränderung. Nochmal. Bass, höher, bass, also. Bass, höher, bass, bass, höher, höher. Und jetzt nochmal alles zusammen. Der ganze Takt durch, der ganze Rhythmus komplett. In einem ruhig gehenden Tempo. One, two, three, four. Bass, höher, bass, 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 bass Alright, das ist er. Lasst euch Zeit mit dem Rhythmus und dann werdet ihr den auch gut können. Fangt gemütliches Tempo an, sodass ihr jeden Schritt wirklich versteht, wie der funktioniert und dann spielt er mit. Und es ist wie gesagt, es ist ein sehr fluffiger, lässiger Rhythmus. Der Rhythmus will nicht so viel. Der ist nicht so ein wollender Rhythmus, es ist eher ein gemütlicher, raumgebender Rhythmus. Es wippt alles. Okay, so jetzt zum Schluss. Also damit endet auch das Video. Spiel ich noch ein bisschen mit dem Rhythmus. Mach vielleicht ein paar Variationen, spiel es ein bisschen schneller, so fürs Feeling, damit ihr das noch ein bisschen hört, wie ich ihn so spiele. Und damit sage ich Ahoi und Tschüss. Ich bin Ingo Gutmann und wünsche euch noch so viel Spaß beim Trommeln. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Viel Spaß und einen sonnigen Tag euch. 5, 4, 4 5, 3, 4 5, 5, 6 10, 2, 3, 4 16, 6 7, 6 6, 7 meant 4, 5 Vielen Dank.